So, hallo an alle, zur nächsten Runde League of Legends, heute im 5er Pre-Made Team, zusammen mit dem lieben Dadcheap, hallo. Ja, hallo. Und die anderen sind auch noch komplett mit Aufnahme drin, äh, Carscrafters dabei. Hallo. Kapuzenwurm. Hallo. Und Six Young. Ja, der Dominik. Six Young, Dominik. Ich nenne den Namen nochmal, Six Young. Erinnert mich irgendwie an Xinchao. Xinchao, Chao, Chao. Ja, das war jetzt aber keine Anlehnung an den, sagen wir es mal so. Was heißt das nochmal? Äh, äh, Ehrgeiz. Ah, okay. Ehrgeiz auf traditionell Chinesisch. Ah. Aber, aber, aber nicht wirklich Chinesisch, weil dann müsstest du chinesische Schriftzeichen haben, die keiner lesen kann. Das ist richtig, aber, ne. Ich finde es lustig bei chinesischen Namen, dass sie von links nach rechts geschrieben werden, weil eigentlich wird Mandarinen ja von oben nach unten gelesen, also müsste dein Name eigentlich von oben nach unten geschrieben sein. Geschrieben sein, genau. Genau, dann hast du einfach so einen fetten Namen über deinem Kopf, das wäre doch voll störend. Naja, wahrscheinlich haben die auch dann von links nach rechts das angehaut. Vor allem rennst du dann über die Map und hast dann so so ein riesen Textfeld da stehen und alle sehen sich nicht mehr, weil sie da dieses Z, das H, das I, das X, sondern das in der Fresse haben. Kannst du jetzt Crank nicht helfen im Jungle? Äh, ach so, ja doch. Hast du das auch manchmal, wenn so ein fetter Tank in dir drin steht und du deine eigene Lebensanzeige nicht mehr siehst? Witzig ist das mit Timo und voll gefressen im Jogart. Nasus-Jungle bin ich aber auch nicht irgendwie so ein Fan von, weil ich finde, Nasus muss man irgendwie so als Farm-Champ zocken, wo du einfach dein Kuh stackst die ganze Zeit im Jungle, kann das schwer sein manchmal. Ich hab den jetzt genommen, weil wir vorhin die ganze Zeit davon gesprochen haben. Achso, okay. Da hab ich voll Bock drauf gekriegt. Vielen Dank. Jo. Ich hab's für dich markiert, haut drauf. Damit du es findest. Hier, jetzt musst du die beiden aber noch. Echt? Ne, das, die kann ich nicht markieren. Oh, ich hab auch eine Quinn als Gegner. Ah, schön. Schön, Quinn versus Quinn. Deswegen mal gucken. Jetzt kommt's nämlich nur auf den Skill an. Ich hasse das. Auf den Supporter, den darf man ja nicht. Ja gut, den Supporter auch noch. Warte mal, wen haben die als Support gehabt? Ich hab's jetzt nicht genau gesehen. Äh, Karma. Karma, okay. Was die kann, das weiß ich so ganz grob. Also hier unten fehlt aber ein. Ah, ne, da ist sie. Wenn die schlecht spielt, haben die ein schlechtes Karma. Ah, scheiß, hab kein Ward gekauft. Ha, Quinn gegen Quinn. Dieser Dominik. Immer ein Witz parat. Wir sind nicht grad free to play. Deshalb, äh, ja, hab ich dir grad gezockt. Ja, du kennst mich ja nicht ansatzlich. Ja, du bist ein... Ah, scheiß, kein Grab parat, ey. Ich hab's jetzt grad mal ein bisschen, weil das gefällt mir meistens nicht. Heiko, ich komm gleich zuerst zu dir hoch. Ja, ich kann ihn auch so glüten, der hat gar keine Arme. So, noch zwei Sekunden. Doppelig changest du? Zwei Sekunden zum Graben noch. Ja, ich hab einen Rotrein-Cylamide, die du sehen kannst. Ich jungle. Wenn ich mich wenden kann, dann lass ich das. Ja, ja, alles gut. Okay. MAAA! Ah, nehm dir manchmal ruhig ein bisschen Zeit mit dem Graben, Gerd. Das verschwendet nämlich Mana, wenn man da nicht trifft. Ja. Das ist so krank, weil du hast jetzt schon wieder kein Mana für einen Grab. Das ist so nervig auf Blitzcrank. Ja, aber sonst am Anfang ist das halt immer schlimm, ey. Ähm, ich komm mal mit, ne? Ja. Danke. Ted, tschüss, ist ne Kerze, ne? Ja. Ich hab hier der Kameramann ein bisschen Schaden gemacht. Komm her! Einmal so'n kleinen Kombo. Ich hab hier Geld drauf, Gott, ich hab hier Geld drauf. Kriegst du's? Ja, ja, nee. Die hat zu viel Leben. Ich dachte, vielleicht einen Heatsch schaffst du noch oder so. Ich komm gleich nochmal wieder. Wenn die Kredi jetzt wird. Ah, da ist die wieder. Ja, ja, warte. Vielleicht ist das just the same. Oh, die ist wirklich, oder? Ja, jetzt hat sie water. Ja, ich weiß nicht. Oh, ach, da ist auch einer. Bei mir ist auch einer. Da ist auch ein water unten drin. Ja. Ja, ich bin tot. Scheiße. Kriegst du sie, kriegst sie? Ja, nein. Ja, nein. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Ja, die hat mich erst noch gestunt gehabt, deswegen hab ich ja, nein gesagt. Ja, nein. Die Quinn farmt voll schlecht. Ich mag auch diese, die Passive von Quinn, wo du dann, glaub ich, drei Schüsse für Amelopfer hast oder so. Ne, ne, ne. Das kann, du markierst einfach nur ein Ziel, du machst mir Schaden. Ne, ja, okay. Aber es gibt doch irgendeine Attacke von ihr, wo du, äh, oder da kommt der Vogel und markiert den Gegner. Genau das. Ist das nicht die Passive? Jetzt hat die Karma gut supportet. Genau dann, als die in meinem Fokus war, die Quinn wäre sonst gestorben. Er ist noch nicht geslowed. Ich könnte was Riskantes probieren. Reinflashen und die töten? Ja, so in der Art. Oh nein. Oh, egal. Das passt schon, passt schon. Pass auf, Tower. Ja, warte. Ah, noch gekriegt. Oh, okay. Zulang Karma, den Killer, das ist alles gut. Aber ich wollte unbedingt ein bisschen Goldfahrt haben wegen Kill. Zulang Quinn, den ich gekriegt habe, ist alles gut. Ist das Mitte? Ja, komm schon jetzt runter, wa? Ne, die war base, wird auch einkaufen. Ja, schade, weil die nicht beide noch gekriegt haben, ey. So schön low. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, weil ich, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe selbst Karma noch nie gespielt, aber die kann es lowen, gell? Also die macht so ein Ding auf dich drauf und dann wirst du ganz kurz gestunt, wenn das für eine gewisse Zeit an war. Und das war das Problem, dass es in der Tower Range gerade war und mich getroffen hat. Das ist, das ist die Idee von ihr, glaube ich. Wo sie nicht so, äh, ja, wie soll man das sagen, so einen Streifen hat. Elise ist wieder bei mir. Elise ist wieder, bitte. Okay. Was muss man sagen, kann man den Killer, das ist alles gut. Quinn ist auch wieder hier. Die Elise kommt hoch. Ja, die Elise kommt hoch. Ja, dann hast du Tüten, ich habe holt. Ja, okay. Ich habe alles ready, ich habe auch genug Mana. Ja, da ist sie. Die ist Level 4. Ja, lol, Alter. Ja, komm, drauf, bitch. Oh. Ah, pass auf, jetzt würde ich. Ja, offen. Das war sehr gut. Ich hätte nicht mit dem Faden gehabt. Ach, scheiße, ich habe gedacht, ich komme noch raus, ey. Ja, ich habe beide Ultien. Das war jetzt aber auch gerade nicht schlau zu kämpfen, weil... Das war jetzt nicht blöd. Ich hoffe, dass er richtig behindert hat, ey. So. Ja, er hatte die Dinge jetzt nicht gesehen, die Karma. Ich habe gedacht, er wäre nur sie. Ich brauche meine Ulti, sobald ich Ulti habe. Jetzt habe ich sie. Dominic, kannst du mit dir kommen? Ja, ich bin unterwegs. Förmlich. Ah, kriegst du sie noch? Klar. Jawoll. Ah, ich habe gedacht, dass ich so ein Auto-Attack kriege und die Dings dafür mit... ...noch runterfliegen kann. Ach, scheiß, betont. Vielleicht kann man da mehr, aber fast schon. Boah, kennt ihr das, wenn die Anti-Rutsch-Beschichtung am Mauspad unten runter mal abgefuckt ist nach der Zeit? Und immer schiebst du so ganz leicht dein Mauspad weg. Ich glaube, ich habe gar nicht so professionelles Equipment, dass ich eine Anti-Rutsch-Beschichtung habe. Ich habe einfach so ein Billig-Mauspad und auch eine Billig-Maus. Der rutscht halt immer voll nervig so. Och, geschehen. Dann gewinnt ich an alles. Und manchmal sitze ich dann hier mit ausgestrecktem Arm und denke, wieso ist das eigentlich so unentspannt? So, ich komme jetzt mal Mitte. Ja, bitte. Ist das Mitte? Nee, sie ist auf einmal weg. Ja, die ist beim Nasus. Schade. Könnt ihr gerne entgegenkommen? Ja, ich komme runter. Oh, ah, Flash. Scheiße. Flash would be great. Top ist SS. Echt? Da kam die Elise. Hier geht die Karma lang, ne? Ah, ne, da kommt sie wieder. Versuch mal jetzt nicht zu kämpfen, weil ich habe nicht viel Mana für, äh, Skills. Ja. Oh, die waren beide so low. So, ich habe meine Ulti jetzt auch. Vielleicht, wenn ich meine Ulti dann habe, dann können wir wieder, äh, ja, wieder Rediab. Sie ist ja im grünen Punkt. Die ist nämlich essentiell. Bei Quinn ist die wirklich essentiell. Du kannst nämlich dann Doppelskills. Du hast einmal deine Combo raus, machst Ulti an und kannst nochmal. Ah, okay. Glaube ich. Ne, warte mal, ne, kannst du nicht. Schade. Stimmt ja. Das war bei was anderem. Das war bei, ähm, Elise ist das, glaube ich, so. Ja. Die macht dann dir ja auch mal so gar keinen Schaden, ne? Irgendwie. Von der Quinn? Das weh? Ne, von der Karma gerade. Achso. Äh, ich habe gerade zwei Winter. Ich habe Elise und, äh, Arimittel. Ja, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja gut, ist ja eh nur so vor. Die soll ja keinen Schaden machen. Die soll ja nur nerven. Ja, ja. Der Sinn von der ist es ja einfach nur, mich davon abzuhalten, Minions zu killen. Damit ich keinen Farben kriege. Das Wichtigste und das Wichtigste am Spiel war das Spiel gewinnen, einfach nur die Minions. Kaum die Kills. Nein. Ey. Das Spiel gewinnen, einfach nur die Farms. Ey. Ich habe aber die A-Rig aufgekommen. Ja, da, 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 da. Jetzt. Jetzt könntest du. Oh, fuck. Boah. Alter. Ich habe nicht gekriegt. Hast du das gesehen? Woher kommt der Schaden bei dir? Oh, Gott. Ich bin das. Ah. Schade. Ja. Egal, du hast Dinge ins gekriegt, ne? Ja, die A-Rig habe ich gekriegt. Da, den Schuss, meine ich von ihr, so. Mach kaum Damage. Ja, meiner Meinung nach ist es ja total stark. Ist okay. Ich wollte jetzt hier den Geist machen und dann mal runterkommen. Jawohl. Da war ich, glaube ich, irgendwie eine Minute im Busch gestanden. Mit Tower in der Mitte fällt gleich. Ah, schade. War es denn deiner? Ja. Oh, okay. Da war die Leafs die ganze Zeit. Ich denke jetzt. Ja, ich war ja eben schon die ganze Zeit in der Mitte. Achso. Sonst nehme ich ihm auch die XP weg. Okay, ist das Mitte? Jawohl. Die kommen vielleicht runter, ich weiß es nicht. Warte, ich, äh, damit nicht funktionieren. Das Kier kamen. Lasst mal hier Dragon machen, wenn wir schon mit vier Leuten hier unten sind. Der ADC tot ist. Karma kommt jetzt hier, ne? Ja. Oh, die sind alle da. Die sind alle da, auf einmal. Also ich hab's noch weg. Die machen Drachen jetzt, oder? Ja. LOL. Ist doch, ja, was? Ja, ich hab's im Eid. Ja, aber ihr müsst mal herkommen. Ja, ich hab, bin leider Out of Mana jetzt gerade. Ah, Ari und Dings first. Die Karma müsste ein bisschen knurren. Oh, die Karma hat getrapped. Das sind bei den anderen, nicht die Karma. Die macht eh keinen Schaden. Ja, ich hab, hat er so reingehalten. Ja, ich hab, er ist weg. Ah. Äh, kriegt ihr die zwei nicht? Ist halt noch geil. Ja, aber die sind beide. Na, die machen ganz normal. Ich hab nix, ich muss jetzt auch erstmal zurückgehen. 1,5, ein bisschen shoppen auch. Ja, ich hab 3000 gerade. Ja, okay. Das war richtig schön. Der Einkauf hat gut getan. Ist ja ein bisschen mehr den Farm reingezogen, ne? Ja, jo. Ja, bitte, sorry, jetzt weg. Den hältst du nicht. Der Mervid ist wieder weggegangen. Ja. Jawoll. Hinter dir, Heiko. Ja. Oh, lol, was macht die denn auch noch hier? Ah. Oh, oh. Blitz kannst du, also, kannst du nochmal trotzdem, äh, dieses, auch wenn du dieses Item schon hast. Ja. Dieses, dieses Trinket, wo der eine Ward drin ist, noch zusätzlich dieses andere Ward-Item kaufen, weil wir brauchen ein bisschen mehr. Ja, okay. Ich glaub, die zwei, die reichen hier nicht aus. Mal, dann müssen wir nochmal, und wird das was? Warte, fahr dir irgendwer in den Ball? Ja, das wird das was. Yeah, das wird auf jeden Fall was. Nice, der war gut. War richtig gut. Mach mal immer erst die Q drauf, Michana. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich hab den jetzt gerade ohne. Ihr könntet die gerade cooldown. Achso. Okay, Ulti ist raus. Karma, mich trittst du nicht. War das deine Ulti? Nein, ihre. Ah, selbe. Dieses hin und her wedeln. Nein. Ja gut, dann kriegen wir die halt, oder? Ah, weiß ich nicht. Vor allem, wenn jetzt die Elise gleich hier ist. Ich komm auch noch angerannt. Ah, scheiße, ich hab ja nicht mehr. Ich hab ja nicht mehr. Nein, nein. Passt schon. Lass ruhig. Versuch was wert, ich wollte ein bisschen Action machen. Ja, ist auch schön deprimierend für die dann. Ja, ja, die hat ja richtig schön Schaden kassiert. Ist ja das coole. Jetzt will ich aufpassen, weil die Kamer ist auch noch da. Nein, nein, nein. Ja, ja, ich hau gerade ab hier. Dominik, geh mal runter. Ja. Lass uns unterhelfen. Ähm, es ist Mitte. Scheiße, ey. Warte, ich komm runter, ich komm runter. Spark, ich bin oben, ich bin oben an dir. Passt schon, warte mal. Sehr gut. Nice. Mach mal. Ich glaube, ich hätte ihn auch so gekriegt. Okay, 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 okay. Ja, nee, sorry. Nee, passt schon. Ich hab auch noch ein Bluetooth, alles gut, alles happy. Okay, okay. Na, Ari ist jetzt auch noch hier unten. So lange könnt ihr dann oben Party machen, weil jetzt muss die Ari nicht auswählen. Ich wollte gerade den Red Cross hier noch ein bisschen. Aber die waren es mir wirklich nicht so gut hier unten. Ja, okay, das wird ähnlich. Siehst du einen, ne, Dominik? Äh, Riven? Hm? Kannst du, okay, du pushst gerade selber neben hier, oder? Steht so beim, beim zweiten Tower. Du pushst gerade, oder? Was machst du da? Warte, ich komm, komm hier, komm hier. Äh, ich spiele gerade sehr defensiv, spielt der Cross-Craft da. Da, Heiko. Genau, holen wir uns hier. Ja, passt. Warte, ich, ich. Du bist eigentlich schon fast wieder back, 2400 Gold. Boah. Ich warte mal, bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh. Dann kann ich bis zum nächsten Mal holen. und ich warbleib drin stehen, wenn's geht. Uh, oh, oh, das stört dich so. Ich sieht mich lauf,20. Oh, schade, ey. Oh, das ist die schon wieder, ja. Das gibt's doch nicht. Jo, das ist so. Die, die, die sie, gell, nervig. Die Lise, die sie. Ja, gut, das hat irgendwann irgendwann was'n. Ich freu dich, wenn sie's schafft. Ich will doch nur die Quinn grabben, ja die kommen beide runter, geht mal da weg doch Ja ja jetzt würde ich auch, was weg 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 weg, das ist ungeheblich Alarm Alarm, da sind sie Der Dialog kommt mir bekannt vor, ich komme aber eh nicht glaube ich nicht weg, oh Mann Ne, ich glaube nicht ne Alarm Was hat die Ari sich denn gekauft, dass die, ich habe mir da kaum Schaden gemacht, warum das? Tja, die werden mir bis, ne, die sind mir bis in den Tower noch reingerannt Ist der irgendwie low? Ist aber auch irgendwie low, dass die viele Leute brauchen für uns hier unten Ja Warte ich komme, warte Aua, oh oh alle vier Die sind alle da, die sind alle da Ey ich kann mir nicht mal weg Ah da gehe ich nicht So, ich habe erstmal noch ein neues Item Die sind auch schon 7 mit 3, boah Gefällt mir nicht, aber nicht, aber dafür keine Minions, das passt Mh Zudem Nein Fick dich doch ey Ok Eiko raffst du rum total aus Da kommt der davon mit 30 Leben oder so Tja So geht das Der ist noch hier Der ist noch hier Ach, die ist auch noch hier Das ist kein Problem Lol Ok, jetzt ist es ein Problem Ah Wenn ja so 3 Ultis oder 2 Ultis vor einem drauf passen Und die Elise ist auch noch hier Die ist gerade hier gewesen Ich glaube der Ja ich glaube der kommt zu mir, ne Ja, die Ari und die Elise sind auf jeden Fall Ja Ich schau mal, dass ich vielleicht die Mitte push Ja ich glaube die kommen jetzt zu dir, zumindest ist die Ari Die Ari wahrscheinlich, ja Übrigens hier unten fehlt eine Quinn, die kann auch mit dir kommen, ne Ah, die Ari ist bei mir Ja hier unten fehlen alle, ne, oder? Ja, entweder die haben keine Lust mehr oder die helfen oben Ne, das kann man Ja, das kann man Ach, die hat auch noch Lust Da kommt Elise, gehen wir zurück Ja, ja Bei der Mitte Och Das gesehen ey Ups, ein Malfight Ein Glacier Malfight sogar Ne, bleib weg Ok Ey, ich hab den Malfight gemeint Achso Ah, jetzt kommen alle Oho Ja jetzt kommen alle, wir sollten hier abhauen Prüven kannst du Prüven kannst du Ja genau Wollen wir alles gut laufen Ne, der Mann schafft gleich seinen Dings Ich wusste es Ich wusste es, oder? Nee Elise ist wieder Mist Ja Ja Der hat zumindest noch mal die Kombi gefressen ey Malfight kommt, kommt zu uns Ja Kann ich nicht sagen, dass sie da sind? Karma kommt auch hoch Es ist nur noch Quinn hier unten Oho Die hat den meisten Schaden gemacht Die Quinn macht so Mini-Davage Alle da Unten ist Quinn jetzt alleine Ich glaub die Teamfights werden wir verlieren wegen dem Malfight oder nicht schon Hahahaha Hahahaha Nice Machen die Barons? Hat jemand ein Wort? Mein Trinket ist grad daun Ich hab dieses Stasi-Item Das Stasi-Item Ich nenne das Stasi-Item Ich nenne das Stasi-Item Wir können eine Dragon machen Ja Doch, die sind gerade alle mal hochgelaufen What the fuck? In der Mitte sind die zu zweit Oh my god, was war das jetzt? Hast du gesehen? Die Aria 6-1 ist das klar Und hier drauf Boah Aber wie schnell ich weg war Wahnsinn Wahnsinn Oh nein, Alter Oh nein, Alter Wir müssen's aber mal oben, bitte Deffen Das geht Ja Oh, oh, oh Darb ich nicht lang gehen Oh, oh, scheiße Dacht ich mir Mei Foxfire hat mich noch getötet, ey Boah, so klar Hast du das gesehen? Die Aria hat sowas von weggerotzt Ich hätte sowas von weggerotzt Und dann kam die Elise Ja Auch noch ne Karma, ey Kriegen wir die? Nein, nein, nein Da ist noch eine Elise und ein Ari Die sind da noch ganz sicher Ja, die sind wahrscheinlich da oder so Ja, ja Hier ist die Elise Ja, richtig, richtig Ari ist wahrscheinlich auch nicht Heiko, guck lieber, dass du mit woanders bleibst Weil so weit vorne können die dich so leicht ganken immer, ey Hier sind ja alle Bot Also waren ja gerade alle beim Blue Wolf, deswegen hab ich Ja, hier sind drei Stück jetzt Ich komm, ich komm Jakro die sind What the fuck? Was war das denn? Ja, WTF Nice, dead Ähm, wenn ihr drauf geht, ich bin sofort da Geht drauf, geht drauf Ah Oh Gott Egal Egal Für die Sache Ha, haut zur Ulti rein, ums Entkommen Kannst du noch slowen mit dem W? Ja Hab ich eigentlich vor Aber Die Ari kommt runter, die Ari kommt runter Soll sie Soll sie ruhig Also eins gegen eins schadet noch gegen Ari Ari ist da Ari ist da, Ari ist da Oh Gott Oh Gott Da kommt noch eine Mailfight Der Mailfight Yes Und noch eine Karma Jetzt wird's langsam eng Das war zu much, aber war gut Ja, ich glaub der Sparkle Der kriegt ihn noch Die Karma schießt drauf, aber irgendwie mehr verzweifelt Finde ich Ja Ich kann doch nicht Erstmal nur hochheilen Oh, der liegt jetzt wieder da Nein, nein, nein Ha, ich bin geplatzt Ich bleib mal kurz mit dir hier, Heiko Ja, ich will nur kurz den Mid-Tower, wenn du's mit erschaffen Ja Und weg hier Was machst du denn da, ey? Beim Ausrasten Ähm, Blitz kannst du vielleicht mal hier so die wichtigen Spots borden Also den hier am besten Ja, den mach ich jetzt also Vielleicht hier oben einen und da nochmal einen, weil dann können wir nämlich so ein bisschen sehen, wenn die da irgendwo rumlatschen Dann können wir auch sehen, wenn die runterkommen Vielleicht ein bisschen im Jungle oder so Habe mal den Überblick Hab mal den Überblick Genau Schmeiß mal hier noch einen hin Das wäre gut auch gehen Beim Red in den Busch rein Oder so Ach komm bitte Weil jetzt sehen wir nämlich genau, wenn die runterkommen Ich bin weg Ja, bin tot Boah, ich komm mal mit, wa Wo ich pote zurück und komm dann Fällt mir nicht Gefällt mir hier nicht Ja auch nicht Wir sind nicht tanky genug Ich ergebe mich halt kurz hoch in die Koffenerung Gans Aua Das war ein Fehler von ihr Ja Jetzt muss ich weg Oh Das ist sehr knapp Ja, 30 HP Oh sorry, das wollte ich nicht Ist egal Ist egal Hauptsache wir gewinnen das noch hier Mach weg, genau Mach weg und einfach pushen Aber Botlane haben wir eiskalt gewonnen Eigentlich könnten wir Barry machen, wenn wir schnell genug sind Pusht, mach den Tower hier vorne Den da So einen, den ich leben, will ich den Tower machen Aber Quinn und Aris wieder Nein, die leben noch Wird ich nicht machen Dann nicht Dann nicht Weil das Spiel gewinnen tust halt nur indem du Tower Oder die Objectives einsammelst Dragon Queen ist Mitte Oder Aris auch Oh oh, mich hau ab da Kommst du Mitte? Ich komm Ich, ich Oh oh oh, scheiße Ne, das bringt nichts Ah, ich Wirklich Ich weiß nicht Wie hab ich mich gesehen? In Water wahrscheinlich Ja, ich schon Aber Dort in Water hinstellen Damit hab ich nicht gerechnet Die haben gesehen Von den Minions Dass du reingelaufen bist Oder so Ne, ist so weit Ich glaub ich gar nicht unten Ne, machen Barry ihn jetzt Sollen sie Dann Dann Verdienen sie unten den Tower Unten in Hit Mindestens Weißt du noch mit Ulti Weil ich einen Tag Speed draufkrieg Oh Boah Na, drei Stück Da hab ich Nicht den Hauch einer Chance gegen Ich kann versuchen den zu steelen Ja, mich auch Wie mach ich denn damit? 100, 300 Bis zu 300 Alles gut, lass den oben Warte noch Ich bin das Spiel hier unten alleine Fuck Ah, scheiße Genau, durchrennen und Backdoor machen Ne Das ist tot, glaub ich Ja Boah, scheiße Ich wollt nicht die Minions Ich wollt nicht die Gunions an Ich wollt drüberflaschen und hinlaufen Achso Aber die Quinn hat mich angegriffen Ich hab schon gedacht Warum greift die jetzt die Gunions an? Nein, ich hab mit dem Maus hingeklickt Da, weil ich da hinlaufen wollte Dann wegflaschen wollte Und in dem Moment Greif ich die an Ich so, scheiße Ja, ist natürlich blöd gelaufen dann Ne Ja Ich hätt nach wegkommen können Eigentlich Wollte hier einfach zum Dragon laufen müssen Mit die Gunflaschen Aber was auch immer Aber ja, trotzdem unten Botlin ist jetzt erstmal gepusht Komm, wir holen die Ne, wir holen die hier In der Mitte Ja Okay Oh, scheiße Krass, wie wenig Schaden ich an je gemacht hab Gar nichts so, ey Oh Gott Die ist Level 17 Du bist grad mal Level 12 Die macht dich sowas von nass Weil das stimmt What? Tatsächlich Oh, ich hab nicht daran gedacht gerade Ich auch nicht Weil ich hab Eigentlich rechnest du damit Die hat ne Solo-Lain Kriegt sowas von der LP Und hat außerdem noch gut gefahren Dann, ja Dann läuft auch so Ja Oh, ne Wie trifft die denn mich damit, ey Das gibt's nicht Ich achte einfach nicht darauf Krass So ein Schwachsinn Ja, total unkonzentriert, ey Scheiße, ey Ihr müsst versuchen Schafft ihr das noch zu defen Ohne dass der in den blauen geht? Ne Alter 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 Wie zerpflückt er Hier im Nasus Was hast du Warum baust du überhaupt Hydra oder so Wie wär's Also du müsstest eigentlich Tanky-Items Vielleicht am besten bauen Wir brauchen irgendwas, was Rüstung hat Arme und so Weil Hydra auf Nasus ist auch nicht so Ah, eigentlich Böse Sandfeier-Käfer gut Sanduins Und ne Geistessicht Weil es wird noch dein Lifestyle-Effekt dazu Ah, die Zerpflückt jetzt hier in Tower Im Ansel Oh Oh Uuuuuh Schmerzbruch Scheiße, ey, heftig Das ist Wahnsinn Oh, das ist ja schlimm Oh nein, der Heiko Ich bin Walder auch radlos Ich bin Walder auch radlos Boah Verzaubert Pffft Ich war Nasus überhaupt nur eigentlich rein nur Tanks Also was wie AD-Nase ist meistens schriftgegen Die macht zu viel Damage, die Elisen, das ist abartig Ja, die hat aber schon 13.5, das ist kein Wunder Ach, komm Das darf nicht zu enden Mein Gott, hast du das gesehen? Hast du gerade zwischen den beiden durchgegriffen? Das war auf jeden Fall spannend Ja, auf jeden Fall Ja, ja, finde ich auch Tja, würde ich sagen, sehen wir uns jetzt im nächsten Game Danke fürs Zuschauen Genau Und tschüss Dankeschön Tschüss Tschüss